Ich kann mich an gar nicht so viel erinnern, außer dass ich mit meinen Eltern vom Fernseher saß und gesehen habe, wie die ganzen Menschen auf der Mauer standen und mich gewundert habe, dass wohl irgendwas los sein muss, dass die Mauer gefallen ist. Und dass alle so fröhlich sind, mehr habe ich nicht gespeichert. Hatte das denn irgendwelche Auswirkungen auf dein Leben? Kann ich mich jetzt so nicht daran erinnern.